Ja, moin Leute, hier bin ich wieder bei Dally Gaming. Heute mit FIFA 15 am Start mit meinem Kollegen hier, der Torholt. Er hat auch einen YouTube-Kanal, der ist hier unten eingeblendet, also da unten. Und ja, da oder da oder da, ist scheißegal. Auf jeden Fall, wir spielen hier FIFA 15, wir spielen mit zufälligen Teams, ähm, Bundesliga. Was? Schlafen noch? Ja. Da. Ja, moin Leute, hier bin ich wieder bei Dally Gaming und zwar heute mit FIFA 15. Mit dabei ist der Torholt hier, der hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, moin. Dieser YouTube-Kanal ist hier unten eingeblendet oder da oben oder hier links oder da rechts, ist eigentlich egal. Oder in der Beschreibung. In der Beschreibung sowieso, also, ne. Ja, wir spielen heute FIFA 15, wie ich auch schon gesagt habe, wie es auch im Titel steht und sonst was. Ähm, wir nehmen jetzt von Bundesliga drei Teams, das heißt aber zufällige Teams. Zufällig macht man mit den vier Knöpfen. Ja, wir drücken jetzt vier gleichzeitig und dann spielen wir mit den Teams. Drei, zwei, eins. Frankfurt. Gegen Gladbach. Gegen Gladbach, ja. Gladbach aber einen halben Stern mehr, also muss ich schon sagen, ist unfair. Mhm. Ähm, das hat sich gereimt. Fair. Warte mal. Hat ein. Ach, ne, wir spielen mit der normalen Standardausrüstung. Ach, Rüstung. Aufstellung. Äh, ja, Herbst, können wir alles lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Match. So, wir sind jetzt mitten im Match und es geht los mit der Action. So, erstmal hier den Ball geluckst. Jetzt läuft hier Stendera oder keine Ahnung, was das für ein Name war. Oh, uh, das ist ein guter Pass geworden zum Toyota. Das war alles geplant, meine Freunde. Jetzt bin ich hier auf eigener. Keine Ahnung, ich habe gerade keine Brille auf. Mit Brille, ähm, kann ich zwar besser sehen, aber da sehe ich scheiße aus und deswegen muss ich jetzt mal die Brille absetzen. Für die es, die es interessiert, auch bei der Arbeit trage ich keine Brille. Wer weiß mal, ob da mal ein liebisches Mädchen vorbeikommt. So. Das ist ja sehr selten. Okay, Timmer. Ähm, die ist doch nur vier Minuten pro Halbzeit. Ähm, damit man schnell das Match vorbei hat. Ja, das ist von Alex. Das war Alex, ja. Alex verstehe ich auch nicht. Halt, ähm, damit es schnell vorbeigeht, damit man sofort das nächste Team spielen kann. Oh shit. Eigner, Eigner, Flanke und Kopfball und Tor. Schade, aber Eckball wenigstens. Eckball ist ja auch wenigstens Sache. Ähm, gerade wie wir auch schon gemerkt haben, haben wir einen Kommentar kommentiert. Wir machen gerade dabei einen Livestream. Auf Twitch natürlich. Wer es noch nicht kennt, Dali Gaming. Mein guter Kollege hier. Der hat auch einen Twitch-Kanal. Wie heißt du nochmal da? Alles verlinkt. Alles verlinkt. Alles ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Vielleicht ist es auch schon gerade irgendwie gekommen als Titelding. Ähm, ja, gut, hab ich gesagt. Ich kann jetzt mich gut ausdrücken beim Zocken. Ja, wurde auf jeden Fall gerade eingeblendet. Sein Twitch-Account und sein YouTube-Account wurde ja vorhin schon eingeblendet. So. Weiter geht's hier mit dem Spiel. Stendara Sebonic. Keine Ahnung, wer das ist. Oder so. Ja. Spiel jetzt hier nach vorne. Zack. Ball. Freistoß. Ganz klar. Ich rede eh nicht so viel beim Zocken, aber ist einfach so. Wer mich kennt, ich hasse es zu verlieren. Ja. Ähm, falls ihr ausrastet, da gibt's einen Schrank, da kann er ruhig draufklagen. Mein Controller bleibt heile. So, Leute. Der Freistoß ist auf jeden Fall drin. Scheiße. Jan, dein Trick funktioniert nicht. Also, ich rede gerade mit ein paar Zuschauern bei Twitch. Twitch. Bei Twitch. So. Danke für den Bau. So, hier. Schöne Flanke rüber. Ah, Kopfball. Trüben, schnitz geworden. Nichts geworden. Ja. Was haben wir heute an dem wunderschönen Tag gemacht? Ich war heute nicht richtig, äh, sonderlich online. Ich war mal mit meinen guten, geschätzten Kollegen hier neben mir. Draußen, Leute. Ihr hört richtig. Ich war draußen. Also, das ist ein Applaus wert, ne? Ja, danke schön. Ähm. Ja, was haben wir draußen gemacht? Was haben wir draußen gemacht? Ja, ein bisschen lauter. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben... Wir haben ein Musikvideo gedreht. Was schätzungsweise in den nächsten Tagen online kommen wird. Muss ich halt noch bearbeiten und so. So, das ist ja Pflicht bei sowas, ne? Nicht einfach reinschneiden und fertig. Und nun mal ein bisschen sich Mühe geben. Wo ich dazu glaube ich sagen muss, dass ich da jetzt nicht so aktiv war, jetzt nur so ein, zwei Szenen. Aber ich war eigentlich nur da der Kameramann. Ein sehr guter Kameramann, Leute. Das ist auf jeden Fall ein sehr nice gewordenes Video. Ich sag mal so, man muss seinen Freunden helfen, ne? Ja. Ich find' ich auch sehr anständig wunden, die ja. Hast du das gemacht? Ich finde grad nicht die richtigen Ports. Das wäre ich auch nicht. Es ist ein bisschen schwer. Müll rauskommt. Ja. So. Ja. Wer sich alle schon auf das Video freut, schreibt sie in die Kommentare. Ne, so. Oh, das ist 1-0. 1-0. Abseits. Abseits. Du nicht. Hä? Deiner hat doch grad da geheult. Aha. Das war mal ein Jubel. Was? Das war mal ein Jubel. Hier, einmal Rasenkissen. Das war ein Jubel. Darauf erstmal ein Raphael, oder? Das war ein Jubel. Und ich freue mich erstmal so. Scheiße, Mann. Ey. Nee. Darauf erst mal ein Raphael. Ich hab' nur noch mal so einen Spezialeffekt. Deswegen hab' ich den gemacht. Ja. Wahrscheinlich. Hab' ich gesagt. Dass da das 2-0 kommt. Vorm Kram. Nein. Also, so schlecht bin ich jetzt hier nicht. So. Ja, jetzt ist Halbzeit, meine Freunde. Läuft eigentlich recht gut noch. 1-0 für ihn, Jens. Das war jetzt ein Tor, was man eigentlich schützen könnte. Haha. Schützen. Schützen. Geh'n du? Das war eigentlich ja so gut, ne? So. Ach, meine Fresse. Komm, gib' ne Ba... Ich war gar nix. 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 Ich war nix. Wenn ihr mal ein schönes Freistoß-Traumtor singen wollt. Das kommt jetzt. Als ob der reingehen würde. Ich seh' gerade, der Stream laggt. Und der voll da rüber. Mal mit der Stream direkt. Sehr gut. Ja, läuft. Jetzt lag's ja wieder. Krass. Das war mal knüller. Kann man machen, muss man nicht. So, jetzt hier schön ein paar spielen. Schön auf die Seite. Der ist eigentlich recht schnell. Allerdings bräuchte ich jetzt nicht die recht schnellen Namen. Muss mal ein gutes Paar-Spiel spielen. Oh, perfekt, perfekt durch. Mann. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Mit außen raus. Johnson. Umgrätschen. Das muss so viel sein. Schöne Schuss-Antäuschung. Schöne Schuss-Antäuschung Nummer zwei. Schön den Ball freigelegt. Und Schuss. Meier, das hätte er verdient. Hätte ich mal rüberlegen können. Ja. Hätte ich machen. Muss ich aber nicht. Das war sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wunderschöne. Ohne Scheiße, ey. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Ich komm da einfach nicht durch, Leute. Das ist so eine schwierige Sache. Alter. Ich bin zu dumm. Dazu sag ich mal nichts. Alex Meier. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Body check. Beim Wrestling läuft das so, Leute. Warum sollte ich das nicht bei FIFA rausnehmen? Für dich oder was? Ist klar. Ich bin sicher. Nö. Und da sieht man. Warum? Jawohl. Jawohl. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mann. Mann. Ja. Wir haben einen schönen Schluck genommen und dann jetzt weiter. Weil die Kehle braucht ihr auch immer was Leckeres zu trinken. Und dann bin ich aber weg und mach die Geige. Einmal wo war ich schlinzt. Naja. Das ist keine Ahnung, schlimm. Das macht sieben Jahre Fiefer aus. Glaub ich. Mit elf Jahren konnte ich hinkommen. Soll ich dann noch jünger. Ne. Was denn? Ne! Das ist doch schon, der kommt durch. Das kann doch nicht. Junge, dein Torwart hackt der Huend. Der Huend. Mann! Lassen wir mal den ersten austanzen. Lassen wir mal den zweiten austanzen. Irgendwo nicht. Dein Ernst, Mann! Bin ich nur durch? Bin ich. Raphael Doppelpack. Fällt mir denn ein? Fällt mir denn ein? Schussenttäuschungen sind zwar richtig geil, aber manchmal übertreibe ich jetzt. Kruse. Das war noch mal nen schönen Trompfer. Ooooooh! Das ist sein Ernst! Boom, Junge! Das ist ja nicht! Kruse! Kruse kann alles! Wiederholung bitte! Ich brauche erst mal einen Kickdienst. Nö! Hast du was gesehen? Wollen wir es noch mal in Zeitlupe sehen? Für die, die es noch was sehen wollen, kann ich ja dann im Video zurückspulen und nochmal angucken. Guck mal. Guck mal. Wie da fällt. Unten ins Eck. Wenn du Tutorials brauchst, linke der Beschreibung, ne? Oh! Noch ein Tor? Oh, schade. Mir fällt gerade ehrlich. Ich weiß, warum der Tor so schlecht ist. Warum? Der heißt mir auch mit vorne an Kevin. Kevin. Ah, Junge. Da ist Kevin dran. Ach, Spaß. Bayern! Nee! Nicht durchgehen! Wusste ja nicht sein. Und jetzt! Nee. Neuzigste Minute so nen Troll-Tor, oder was? Mhm. Ja, da habe ich wohl auch noch einen reingemacht, Leute. Alter, was war das bitte für'n Schuss? Also dieses Tor, ey. Das ist fast... Hier im Troll-Tor, nichts. Neuzigste Minute gibt einfach alles. Du, ne? Ja. Ja, klar. Ey! So schlecht war ich nicht im Tor. gespielt da muss ich sagen das erste Spiel vorbei da bräuchte ich nur Cola das werde ich hier nur aussehen da auch noch ne, ne oh, zweimal Raffi und einmal das Kuss ne ja klar, cut drücken wir einmal auf Knopf so